Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist gerade viertel nach sieben. Gleich ist es Zeit. Gleich ist Schlafeszeit. Nein, ich weiß, Ash ist in seinem Zimmer. Der zockt gerade zu 100%. Wenn nicht, dann ist es wahrscheinlich nicht Ash. Zu 1000%. Ich werde gleich runter gehen und ich habe mir gerade... Junge, ich war gerade eine Viertelstunde in der Garage. Ich habe diese verdammte Pohrmaske gesucht. Hart erschreckend. Ich erfreute, dass er hinter der Tür wollte gerade klopfen und hörte ihn. Der ist für einen bestimmten Vorteil vertieft. Ich sage Mama und Papa gleich, die sollen Ash kurz aus seinem Zimmer locken. Dann mache ich ihm alle Lichter aus in seinem Zimmer. Wisst ihr, was abgeht? Ich werde mich einfach irgendwo da so richtig gruselig oder so hinsetzen. Ich würde sagen... So einmal oder mehrmals? Mehrmals. Was für einmal? Hä? Ich mache auch gleich einmal. Nachher, wenn er schläft, kann ich es noch mal machen. Morgen früh vielleicht. Wenn er noch schläft, kann ich es vielleicht auch noch machen. Also ich werde es auf keinen Fall noch einmal machen. Er tut mir leid. Er tut mir leid. Was sagt ihr? Wird er sich so richtig erschrecken? Ich weiß... Woher denkt er sich scheiß drauf? Ich weiß, dass Ash bei... Also wenn es dunkel ist, mehr Angst hat. Er ist ja genauso wie ich immer überall Licht anmachen. Er ist im dunkeln Schiss. Okay, Leute. Ich bin vorbereitet. Es kann losgehen. Und eine wichtige Sache noch. Im nächsten Video haben Christi und ich euch etwas echt Wichtiges zu sagen. Das kommt am Dienstag um 15 Uhr. Das ist der 9.3. Schaut uns das auf jeden Fall an. Boah, ist das warm hier? Ich habe einen Pulli an. Achso, okay. Ähm... Kannst du vielleicht ganz kurz Ash rauslaufen aus seinem Zimmer für eine Minute hier lassen? Irgendwie. Ich werde mir gleich sein Zimmer versteckt noch nicht ausmachen. Ach du Schnell, der kriegt einen schrecklichen Herzinfarkt. Nein, der zockt doch gerade. Mal schauen, wie er jetzt hier schreckt oder nicht. Ich... Kannst du gleich raus machen? Mhm. Sag einfach irgendwie... Ach, dir fällt mir schon was ein, oder? Ja. Hallo. Hey, wie geht's? Wer will schon was aus? Hey. Wie geht's los? Ja, wie geht's los? Ja, wie geht's los? wie perfekt ist das licht gerade noch ausgegangen oh mein gott na wie geht es dir das habe ich ausgemacht der dd ausgemacht bildschirm ausgemacht und wie geht es dir ganz ehrlich das hat mega gut funktioniert junge mir war so waren dass ich schwitze wie sonst was ich hatte erst überlegt im dunkeln an ich ranzugehen jetzt ist zeit für runde 2 mittlerweile haben es 9 uhr und ich bin sehr gespannt wie ich ihn diesmal aus dem zimmer holen ich soll dir von mama sagen du sollst dich fertig machen jetzt wo bist du ich dachte du fällst drauf rein weil ich gesagt habe das kommt ich habe keine ahnung warum du unten warst gehst du jetzt schlafen nein ach so hey mama hat gesagt du gehst jetzt fertig machen fertig machen ja ach so aber noch nicht schlafen ne noch nicht doch ein bisschen am handy zacken oder was naja tag nur das glück unten geht es für uns alle frühstück wir klauen uns nochmals was zu essen gut morgen was geht ah junge wie lange das gedauert hast du mich gerade gesehen ich glaube das mein handy nicht gesehen ach schau ich habe das jetzt mein handy gesehen habe ich dich erschreckt oh was ist das denn für ein leckeres frühstück und jetzt erschreck dich mal mit leckerem fruchtsaft ja wir essen sie erstmal und dann genau nach oben da vergesst nicht mehr mal vorbeizuschauen oder winkenbruch fruchtsaft oder sehr wusstsein nächstes mal bis dann mit dem ziel aus roter paprika ja genau solch das ganze nochmal mit irgendjemand andern machen nein für mich hat er das auch ein guter zu machen Ciao Vielen Dank.